um Arme ich jetzt auch zum kurzen auch die 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 Alter, gibt das Baby wieder her? Alter. So, ähm, faked the bloomer. Whoa! Yee-haw! Ring-ha, ring-ha! Yee-haw, love mudwash! So... Ach, Mann! So, äh, hier gibt's nichts. Kann man gleich durchlaufen. Tschüss! Oh, was bist du für einer? Okay, was bist denn du für einer? Hallo? He-he-haw! 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 Brauchst du Öl? Dann will ich doch lieber nicht im Wasser sein, wenn das Vieh da ist. Aha. Cool. Pink Boon, äh, kennen wir ja schon alles. Wollen wir mal gucken. Ah! Ach, schee! So, ab! Das ist mein Ballon. Warum nicht? Oh, jawoll! Yoshi gewinnt! Juhu! So, gleich mal noch ein Sternchen abgesagt. Wow! Da oben war was. Oh, das ist ja auch sehr cool hier. Ach! Nur weil ich den Scheiß-Frage-Zeichen-Block haben wollte. Da ist wahrscheinlich hier nichts Wichtiges drinnen. Hoffe ich zumindestens mal. Ach, das Bonusspiel kann ich jetzt nicht nochmal machen, oder? Ach komm, lass mal das Bonusspiel bleiben. Scheiß drauf. Aber, auf die Münze hier scheiße ich nicht. Dann scheiße ich nochmal machen. Aber will ich jetzt nicht nochmal machen. Ich wüsste jetzt auch grad nicht, wie ich da rein konnte. Na klar. Na klar! Oh, ist's klar, ey! Puhh! Ach ja. Nein, Mann! Alter, jetzt mach ich mir einen Safestate. Das ist mir echt so blöd, ey. So ein Scheiß, ey. Du bist doch schon wieder total genervt. Zumindest kriegen wir unser Leben immer wieder. Das ist keiner, oder was? Aber hier gibt es natürlich auch keine rote Münze. Fick dich, ey. Was ist das hier? Hm, hört mir auch nichts gebracht. Jetzt kriegt man noch eine Bonus-Challenge. Fünf Leben. Doppelmobel, jede Karte gibt das zweimal Decke, die Paare auf, um das abgebildete Albtun zu her. Du kannst so lange spielen, bis du dich zum zweiten Mal geirrt hast. Ja, super. Hier war ein Zehner. Hier war das. Das ist Pauber, glaube ich hier. Ah! Scheiße, wo waren die zwanzig schon? Dammt! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da hab ich noch mal ein Item gekriegt. Andres Festung. Wow. Die Fische sind nicht nett! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich glaub die Festung hier ist eine einzelne Kanalisation. Sehr schön. Nice, nice. So. So. Klein mal vier rote Münzen auf einmal, wenn das vier waren. So. Warte mal. Oder, ach ne, komm, wir scheißen drauf. Sind wahrscheinlich eh nur Sternwurst drin. Haben wir nicht nötig. Ups. Kein Fall zu sehen, doch kein Problem. Das Tier im Visier der Winkel stimmt. Das Ei mit Pläsir im Wasser schwimmt und holt und schwimmt Münzen dem Kind. Halt. Ähm, ja. Das wollte ich jetzt nicht. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Warte mal. Ich bin richtig tot. Der war knapp. Oh, die Dinger sind gar nicht nett. Und tschüss. So schnell kann es gehen. So. Ähm, das gibt es nicht hier unten. Ah, hier den Typ. Das gibt es hier oben. Eine Sonnenblume für den Bandits. So. Ja. Der könnte jetzt ein bisschen nervig werden. So, gib mir das mal hier, dass ich volle Schusszahlen hab. Oh, was ist jetzt? Oh, nein, Mann. Scheiße. Oh, da ist es sehr gut. interestig werden. Ja. Aber wie ist es?